Liebe Musikerkollegen, gestern Gig gespielt, heute Heimfahrt und ich habe einen neuerlichen Anstoß erhalten, zu dem ich mich kurz äußern möchte, nämlich Gagegut, Hutpui. Ich sage bewusst Gig, also ich habe gestern einen Gig gespielt, kein Konzert, das macht für mich persönlich einen Unterschied und dieser Unterschied rechtfertigt für mich persönlich auch, dass ich gestern keine Gage, sondern eben nur Hutgeld bezogen habe. Ich habe dafür einen Shitstorm geerntet von einem etwas hochmotivierten, übereifrigen und muss man auch der Fairness halber dazu sagen zu stark alkoholisierten Kollegen, den ich dort erst kennengelernt habe. Ich habe den Typen vorher noch nie in meinem Leben gesehen, das hat ihn aber nicht davon abgehalten mit mir wie mit einem kleinen Rotzlöffel zu sprechen. Er hat nämlich gemeint, was wir, also meine Mitmusiker und ich, nicht für Idioten sind, dass wir dort für kein fixes Gehalt, sondern eben nur für den Hut, also eine freiwillige Spende gespielt haben. Seiner Meinung nach soll verdammt noch mal die Location zumindest jedem 50 Euro zahlen. Das hat etwas mit Anstand zu tun und Wertschätzung etc. Und lustigerweise hätte ich noch bis vor wenigen Jahren die Meinung von meiner neuen Bekanntschaft genauso geteilt. Und weil es so ist, dass diese Frage ja nicht nur gestern in diesem Kontext aufgedaucht ist, sondern es eine Frage ist, die sich immer wieder stellt in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, will ich jetzt einfach mal meine persönliche Meinung schildern, die auf meiner persönlichen Erfahrung fußt. Ich bin offen und dankbar für konstruktive Auseinandersetzung und es würde mich auch definitiv interessieren, wie das andere Musikschaffende sehen. Ich habe mir folgenden Standpunkt vertreten. Musik machen ist Arbeit. Punkt. Arbeit gehört entlohnt. Punkt. Punkt. Keiner stellt die Frage, dass eine Werkstatt für die Reparatur meines Autos bezahlt wird. Oder ich mein Bier im Pub zahlen muss oder meinen Einkauf im Supermarkt beim Bäcker. Oder wenn mir eine Baufirma Heisel aufstellt, ich auch nicht mal drin wohne und dann irgendwann sage, ob es mir taugt oder nicht. All diese Vergleiche, so weit habe ich das in all den Jahren zum Glück erkannt, funktionieren aber nicht. Denn Musik zu machen steht jedem frei. Es ist nichts anderes als ein freies Gewerbe. Und daher, das ist ein Resultat daraus, tummeln sich so unfassbar viele Musiker und leider auch Musikanten am Markt, dass er einfach massiv übersättigt ist. In Kombination mit der Tatsache, dass wir unserem Gewerbe in einer Zeit nachgehen, in der der Trend nach wie vor immer mehr zu Dosenveranstaltungen geht, kann eine unbekannte Gitarren-Rockband, so gut sie sein mag, keine großen Ansprüche stellen. Das ist hart, aber so schaut die Realität nun mal aus. Wer sich hierbei die Frage nach Fairness und Gerechtigkeit stellt, hat schon verloren. Das ist ein Posten, auf dem man nur verzweifeln kann und an seiner Passion dem Musizieren irgendwann scheitert. Es ist mittlerweile sogar ein wissenschaftlich belegter, widerlegter Mythos, dass sich Begabte grundsätzlich durchsetzen bzw. dass die mit Talent auch die mit Erfolg sein werden. Fakt ist, ohne Disziplin ist Talent nichts wert und das ist genau der Grund, warum viele wirklich talentierte Musiker im Keller vergammeln, während durchschnittlich Talentierte eine Karriere hinlegen. Bevor ich jetzt aber zu sehr abschweife, komme ich an dieser Stelle wieder zum Thema zurück. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man sich als ambitionierter Künstler von der Illusion der Fairness lösen und mutig, clever, diszipliniert und konsequent seinen künstlerischen Weg beschreiten muss. Und dazu gehört eben auch, sich auch auf Foodgeeks einzulassen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich spreche nicht, definitiv nicht von so Scheiße wie Buy-Ins, wo man hunderte oder tausende Euro versenkt, damit man einen Support-Slot kriegt. Oder wie ich eh schon in einem anderen Video gewarnt habe, auf Ausbeuter wie zum Beispiel den SPH-Contest reinzufallen, die das Blaue vom Himmel versprechen und Musikern, die unbedingt auftreten wollen, das Geld aus der Tasche ziehen. Das, Leute, sind Sachen, die unser Gewerbe endgültig in die Tonne treten. Damit tut sie euch keinen Gefallen, aber auch allen anderen Musikschaffenden. Damit finanziert sie nur den Freibrief zur absoluten finanziellen Ausbeutung und Entwertung. Ich spreche davon, abzuwägen, was der jeweilige Mehrwert ist, den ein Auftritt bringt. Und je nachdem, ob ich was damit verdiene oder einem breiten Publikum zugänglich werde oder wertvolle Kontakte knüpfen kann, die Optionen sind mannigfaltig, gilt es auch zu entscheiden, ob Fixgage, Gutgeld, Door-Deal oder Break-and-Even unterwegs ist. Das war eine Band. Einziges No-Go und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Fürs Spielen auch noch zu bezahlen, das geht gar nicht. Fun-Fact zum Schluss, wir waren gestern drei Personen und hatten im Hut etwas mehr als 340 Euro, also gute 110 Euro pro Person, mit denen wir im Vergleich zu der Veranschlagung meines neuen Algi-Kollegen besser ausgestiegen sind. Okay, in diesem Sinne, haut's rein, rock on und alles Liebe!